Ich mach mal kurz ne Spitzhacke Halt! Erstmal das Ding verprügeln Spitzhacke mach ich mir aus, wie viel Eisen haben wir denn noch? Sechs Eisenmann Weißt du was? Ich mach mal ne Diamantspitzhacke Ausnahmsweise mal Paar haben wir ja noch, mehr als Eisen Ähm What? Ok, die ist fast kaputt Die ist ganz heile Ok, warum nicht? So, ähm Und ich nehm mal was zu essen mit Das ist mir ehrlich gesagt ganz lieb, wenn wir vielleicht noch was zu speisen haben Ähm Hallo schöne Frau Das ist Karma, weißt du? Weil ich im Tobi so einen schönen Kuchen gebacken habe Da musste ich natürlich sterben Ist ja klar So Ähm Jetzt hier das da Na? Das Geräusch Fuck, ich will mein Gürtel und alles wieder haben Ähm Ähm So Ähm Warte Warte haben wir denn noch hier Ja 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 komm, prügel doch überall gegen Der ist so frustriert jetzt, der prügelt überall gegen So So, die nehmen wir auch nochmal mit Achja, sind ja bisschen mehr, als ich dachte Äh egal Kohle lass ich hier, falls ich wieder sterbe Bei den Eiern ist das nicht so schlimm Wenn ich sterbe dann mit Eiern. So. Tag Katze. Ich brauche XP. Jetzt bereue ich das mit den Leveln. Weil ich die echt brauchen könnte. Okay. Hup. Scheiße. Ich brauche für so eine Felle eine Ersatzhose. Ich habe nur eine Hose. Eine gute Hose. So. Diesmal ist es zum Glück einfacher zu suchen wo wir sind. Also wo wir gestorben sind in dem Fall. Ähm. Wie komme ich da nach unten? Guck mal. Da ist so ein Turm von einer Festung. Der geht bis nach unten. Wenn ich bis zu dem hinkommen könnte. Was wir wahrscheinlich können. Mal ganz kurz hier mal eine Fackel hin. Später können wir immer noch alles schön bauen. Mal ganz kurz. Mal ganz kurz. Mal ganz kurz. Mal ganz kurz. Aha. Hmm. Es ist sehr dunkel hier. Geht es denn hier auch nach unten? Ne ne. Das ist einfach nur der Fuß. Mal ein bisschen alles reparieren hier. Es hat leider ein bisschen gelitten. Wieso mache ich das hier gerade? Ich habe keine Ahnung. Weil ich eigentlich zum Grabstein will. Aber andererseits würde ich auch gerne gucken wie es hier drin aussieht natürlich. Da. Ah hier ist die Treppe. Deswegen mache ich das. Das ist ja nicht. Das ist ja eine Strecke. Es ist nicht nur nett. Ich weiß. Ich glaube hier kommen wir woanders hin Da waren wir schon. Wir können ja später Spaß haben Ich hoffe ich sehe keinen Huhn mehr Ich frage mich, wenn ich in Peaceful Mode gehe, verschwindet das Huhn dann auch? Das würde mich mal interessieren Jaaaa, da muss ich hin Okay Fuck Wie komme ich jetzt nach unten? Warte Vielleicht war das gar keine Fledermaus die uns getötet hat, sondern vielleicht war es ja auch wirklich das Huhn Wir werden es nie erfahren So Ähm Ich habe Angst mich hier nach unten zu graben, denn ich befürchte Bitte Ja, genau sowas hier befürchte ich nämlich Ähm, so 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 Kann das mal aufhören, so komischen Geräusche zu machen? Ich finde das voll bedrückend die ganze Zeit So, oder? Der Weg nach unten Wir werden gleich auf jeden Fall wieder bei der Lava ankommen Das ist mir schon klar, mal gucken wie weit wir jetzt runter kommen So So Da ist auch schon wieder die Lava Ah, es ist aber nicht mehr so weit nach unten Großartigst So So So, hallo unten Ähm Jetzt die Frage noch Oh Glowstone Glowstone Ähm Großartig Kann ich mich hier vielleicht einmal drunter durchbaggern Ich glaube ich müsste jetzt in diese Richtung Ähm Da drüben glaube ich, ne? Ja, hier oben Ja, da ist der Grabstand Alles klar Okay, pass auf Ich mach mal folgendes Damit es hier auch optisch ganz gut reinpasst Ne? Wie gewollt So Zack Und dann vielleicht nochmal hier So Uahhhhhh Ja Spiele Hör auf Okay So Wir kommen hier Ich muss jetzt noch Das Gezuppel hier immer, was da runter hängt Diese komischen Arschhaare So, noch ne Fäckelchen Ich weiß nicht genau, wie weit wir runter müssen Ich höre hier auf jeden Fall schon Lava Hm, und ich muss husten Beides ist immer ein sicheres Zeichen für den nahen Tod So Hallo Ich hasse den Neta so sehr Ohohohohohoho Ich hasse den Neta so sehr So, komm ich da hinten dann auch hin? Oh fuck Oh fuck Wo soll ich mich jetzt hin bauen? Wo soll ich mich denn jetzt hin bauen? Äh, hab ich mich jetzt zu tief gebaut? Ist das jetzt Ist das hier zu tief? Höh, Alter Jetzt hatte ich grad einen Freeze An einer sehr ungünstigen Stelle Und da? Okay So So, zack. Wäääh. Zack. So, nun. Äh, ich glaube, wir nähren uns dann lieber von hier, oder? Scheiße. So. Oh. Ich find sie ein bisschen beengend, ehrlich gesagt. Ich find das nicht so schön. Muss ich zugeben. Ich mag das nicht so nah hier, äh, rumzulaufen. Vielleicht mach ich ja hier mal den hier. Ja. 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 Was ist denn das? Mhm. Okay, da wird auf keinen Fall alles drin sein. So, da oben sind wir gerade, huch, da oben sind wir gerade hergekommen. So sieht die Brücke von unten aus. Auch mal schön. Mhm. Mhm. So. So. Den Grabstein lass ich immer stehen als Mahnmal. So. So. Damit mir hier ja nichts wegfliegt. So. Können wir hinterher gerne wieder abreißen. Ich will nur nicht, dass mir hier irgendwas wegfliegt. Womöglich in eine falsche Richtung. So. 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 Du. So. 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 Ach scheiße, die Fackel des Zimmermanns. Ja, ich muss, ich muss die Rüstung mitnehmen. Jetzt habe ich B gedrückt aus Gewohnheit. Mann, mein schöner großer Rucksack. Und da war alles drin. Da war alles drin. Alle unsere tollen Items waren da drin. Ähm, Riolit, Riolit, Kies. Kies. Ziegel. So, Shift geht nicht. So, Rüstung auch dabei. Ähm, mhm, mhm, mhm. Diese komische Lampe, die lass ich auch mal hier. Und die Fackel des Zimmermanns auch. Und die komische Snake-Ecke lass ich auch mal. Und die Schneebälle lass ich auch mal hier. So. So. Tja. Das war das. Mehr kriegen wir nicht. Der Rucksack ist natürlich in der Lava gelandet. Denn ich glaube diese, äh, die Grabstein-Mod unterstützt das mit dem Rucksack nicht. Wäre natürlich schön, wenn der davon auch aufgefangen würde. Aber, wird er nicht. Was willst du machen? Ed hilft nix. Müssen wir durch. So, zack. Jut. Immerhin. Äh, jetzt müssen wir hier wieder runter. Dann hier irgendwie... War das denn nicht hier rein? Achso, hier runter. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neterwarzen, das machen wir alles, wenn wir hier wieder, wenn wir wieder einigermaßen ausgerüstet sind. Ich weiß natürlich nicht, wann das sein wird. Ich kann's nicht sagen. Wo müssen wir lang? Ist das hier richtig? Nein. Oder? Nein, hier nicht. Wir müssen irgendwo durchs Dach, ne? Wir sind irgendwo durchs Dach reingebrochen. Äh, hier sind wir runter gegangen. Da sind wir reingebrochen durchs Dach. So. 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 Weißt du was? Ich nutze die Gunst der Stunde. Ich werde die Rüly-Ziegel mal schnell los. Äh, jei, 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 jei. Scheiße. Da unten seh ich noch die Kiste. Da unten seh ich noch das Kreuz. Es ist auch so elend. Die hätte uns von allen möglichen Orten erwischen können. Wie ist denn das eigentlich, wenn man in... Ähm. Alter, hab ich mich grad verjagt. Wenn man im Nähter in die Lava fällt, äh, kann man sich da eigentlich hochbauen? Oder generell, wenn man in die Lava fällt, kann man sich da eigentlich schnell hochbauen? Sodass man, dass man nicht gleich, nicht gleich verbrennt, sondern vielleicht erst später. Sozusagen. Geht das? So. Boah, jetzt bin ich richtig angespannt. Okay, also normal geht es aber im Nähter nicht. Okay. Ähm. Denn ich konnte tatsächlich, also ich hab versucht, ich hab natürlich versucht aus der Lava rauszukommen. Aber... Die ist im Nähter offenbar sehr viel schneller. Haben wir ja auch grad gesehen, wie wir uns entgegen kamen. Und deswegen kommt man da glaub ich auch sehr viel weniger gegen an. Also ich konnte grad nicht aus der Lava rausschwimmen oder schnell wegschwimmen oder sowas. Ich war sehr, sehr langsam. Deswegen konnte ich nicht fliehen. So. Oh Gott, jetzt bin ich natürlich noch viel angespannter als vorher. So. 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 Also wir leben jetzt damit, dass das passiert ist, ne? Also ähm... Bisschen Schwund ist immer, bisschen Risiko ist auch immer. Ich mein, wir haben das Schwert wieder, wir haben die Rüstung wieder. Die Sachen, die wir, äh... Im Rucksack hatten. Ist natürlich schade. Aber das ist alles nichts, was wir nicht wieder herstellen können. Nur den Atlas. Ich glaub, da musste ich auf jeden Fall immer ne Kopie zuhause haben. Ich muss mal Pan fragen, ob's mir die Kopie irgendwie zukommen lässt. Ich hab ja damals ja nen Atlas gegeben. Und der ist ja ne Kopie gewesen von unserem Atlas. Das heißt, der müsste alles eins zu eins drin haben, was unser Atlas auch hat. Den hätt ich dann schon gerne wieder, weil das wär sonst echt schade. Dann müssten wir alles nochmal neu erforschen. Das wär nicht so geil. Puh! So. Ich hoffe, wir kriegen das hier noch fertig. Wir müssen den Cobblestone ja noch auf den Boden reißen dann und wieder ersetzen. Aber erstmal first things first. So. 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 Tittii. Oh, jetzt muss ich aber noch genug Siegel. Oh, Alter. Genug Aufregung für heute. Ich will nicht mehr. Was ist mit dem Hühnchen? Wieso ist plötzlich ein Huhn im Nähter gewesen? Warum? Ich wär, ich schwöre, ich schwöre, ich werd das nie wieder auf die leichte Schulter nehmen und wenn, bitte erinnert mich immer daran. Bitte erinnert mich immer daran, sobald ein Huhn im Nähter. Natürlich nicht in einer normalen Welt, weil da gibt's ja einige. Oder sobald das irgendwo in einer Höhle auftaucht, wo es halt einfach nicht hingehört. Bitte immer sofort warnen und sofort sagen, safe gehen. Ich will das nie wieder haben. So. 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 Wir müssen auf eine Eisentour gehen. Es hilft nichts, wir müssen dringend auf eine Eisentour gehen. Hauptsache, wir haben unser Schwert wieder. Und den Bogen. Das ist mir, glaub ich, mit das Wichtigste. So. So. Jut. Oh, das Taumonomikon, ne? Das haben wir auch nicht mehr. Wir haben, glaub ich, noch ein paar Taumonomikons übrig. Ich weiß nur nicht, ob dann unsere Sachen, die wir jetzt erarbeitet haben, ob die alle noch drinstehen. Und dieses komische Taumdingens da, womit wir Sachen abernten können. Aber das können wir, glaub ich, nochmal neu machen. Oder? Ich glaube schon. So. Müssen wir halt, müssen wir halt nach und nach die Sachen wieder herstellen. Oh. So. So. Die Musik. Die passt, die passt so gut zu hier unten. Man. Schau dir an. Ja, blöd, dass wir eigentlich im Rucksack so das letzte Eisen hatten, was wir hatten. Wir müssen wirklich wieder auf eine Eisentour gehen. Das hilft nix. Ich dachte, wir hätten jetzt für immer. Für immer genug. Aber jetzt haben wir natürlich hier die ganze Zeit die Eisenbarren gemacht und brauchen auch noch mehr. Damit es hier unten beeindruckend aussieht. Weil wir echt doof und verschwenderisch sind. Aber so ist es nun mal. So. Noch mehr Ziegel. Wie viel Ziegel kann der Mann haben? So. Zack. Ich hätte noch irgendwas im Grabstein lassen sollen, damit er weiter leuchtet. Wär eigentlich cooler gewesen. So als, als ewiges Mahnmal. So. Und jetzt brauchen wir Eisen. Hm. Oder wir machen... Warte. Können wir auch nochmal schnell machen. So. Leider. Ach ja, ja. Leider haben wir... Ja, die Tinker Sachen sind ja weg. Scheiße. Kann ich auch erstmal nicht an der U-Bahn bauen, weil das ja 1000 Jahre dauert. So. So. Die anderen Sachen... Ne. Also alles was wir da... Also die Festung erforschen und sowas. Das würde ich dann gerne wieder mit Monstern anmachen. Ich mach das jetzt nochmal schnell hier zu Ende. Ähm. Genug Aufregung für einen Tag. Äh. Ich mach... Ich mach auf jeden Fall dann ähm... Festung erforschen und sowas. Mach ich dann alles mit Monster an wieder. Haben wir noch... Tinker Ziegel? Ja. Äh. Riolit Ziegel mein ich. Tinker Ziegel. Noch ein 64er Stack. Sehr gut. Ja. Echt viel. So. Verfickte Fledermäuse. Ey. Verfickte Fledermäuse. So. Mh. So. Mh. So. Mist. Ich ärgere mich grad. Im Stillen ärgere ich mich ja doch. Ich muss es einfach zugeben. Ich sag die ganze Zeit so, oh ja, ja, das kriegen wir schon hin. Und wir müssen die ganzen Sachen halt neu bauen, das ist ein bisschen ätzend, klar. Aber ich ärgere mich eigentlich doch. Vor allem die Sachen, die im Gürtel waren, die Tinker-Sachen und so. Der gute Mjöln hier. Ich weiß gar nicht, wie viel Redstone wir da drauf hatten, aber gut. Kriegen wir alles schon wieder hin. Kriegen wir alles. Kriegen wir alles wieder hin. So. So, zack, 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 zack. So. Jut. Jut, jut. 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 Das ist eine fucking lange Brücke! Und das hier ist fucking viel Eisen! Huch! Wann da los? Wann... Oh wow, was für ein Ping! Wann da los? Didlidlidlidli... Daddl daddl da... Daddl daddl da... Achso, wir haben hier noch ein bisschen Glas dabei Komm, das Glas... Das können wir dann auch gleich loswerden, wenn man da... Ne, dann kann man auch schon mal... So, warte. Ich fährt das Glas noch mal ein bisschen los. War hier noch Glas? Ich seh das. Ach doch, da ist noch Glas. Da ist das Glas. Juts! Dann können wir das noch mal endgültig zu Ende bringen. Dann haben wir das auch gemacht. Ich glaub, es wird wahrscheinlich nicht reichen bis zum Ende. So. 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 Ich finde, die Pan sollte auch mal Minecraft let's playen. Die baut hier immer. Ich finde, die sollte das auch mal let's playen. Bin ich ja stark dafür. Dann kann sie auch ein bisschen was erzählen. So. So. Da muss ich mich zugucken. Ich guck das beim Tobi manchmal einfach ganz gerne. Weil es irgendwie cool ist, dass es dann doch in der selben Welt stattfindet. Mag ich mal ganz gerne. Da kann ich so gucken. Ah, was hat der Tobi denn immer gemacht und so. Ah, ist ja schön. So. So. Das war's mit dem Glas. Dat hätten wir. Müssen wir nur irgendwie Sand wieder in den Dingens packen. Was sind das? Ach, da hinten ist ein Grabstein. Noch ein Grabstein. Ja. Ein paar Grabstein gibt es hier. Die, 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 die. Hm, 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 hm. Na, na, na. Hm, 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 hm. hmmm Ich mach halt noch irgendwas mit Runen rein. Genau wie beim Taumturm mach ich da noch irgendwas mit Runen rein. Was auch cool wäre, wenn das vielleicht nicht unbedingt aus dem Material wäre, sondern vielleicht auch aus huen적으로 Schwarzen oder so. Ich weiß noch nicht genau. Genau ist die guste hier aber ganz geil. So, Treppen bla haben wir nicht, Rioliz circle haben wir jetzt noch ein Paar übrig tatsächlich. Oh, das ist aber lieb. Warte. So, warte, 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 warte. Was? Doch leider bin ich im verwunschenen Turm gefangen, werde bedroht und fürchte mein Leben. So. Schräg. Gut, dass die Monster aus sind. Warum, warum ist sie denn im Turm? Ist sie im Taumturm? Warum? Hallo. So. So. Na, 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 na. Ich schau mal kurz, was da los ist. Dann, hol ich mir. So. Sir Gronkilot. Ja, toll. Gronkilot, was denn das für ein, was denn das für ein Heldenname? So. 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 So.